. 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 Wir haben hausgemachte Würst, Dressag, Bauernbrot und die Roher Berghaus. Aber Sie sind ja auch schon 25 Jahre bei uns? Ich bin ja auch schon 25 Jahre da. Und was gefällt Ihnen in Endorf? In Endorf, weil man beständig da ist, dass es aber ein schöner Markt ist. Nicht zu groß, aber schön gleichmäßig, gutes Sortiment. Was haben Sie da alles? Sie werden sich glauben, wir haben jetzt gerade von einer halben Stunde darüber geredet, dass wir hier schon seit 30 Jahren hier an dem Eck stehen. Das ist nicht zu glauben, wie die Zeit vergeht. Wo kommen Sie her? Wir sind in der Nähe von Ebersberg, sind aber seit 30 Jahren jeden Markt da. Und was haben Sie jetzt ganz speziell für Spezialitäten? Also wir zeichnen uns aus mit dem, dass wir eine Vielzahl an müssen haben, aber wir haben auch eine sehr gute Qualität, weil ich das ganze Jahr die Mandeln verkaufe. Da sind ganz speziell hier gerade von Aufrufe. Kastenlose Brillenreinigung. Bleibt fünf Tage sauber, läuft nichts mehr an. Auch im Bad, der Spiegel oder der Autoschein beschlagt sich nichts mehr. Das ist mein Weißwästchenbrot, das war mein Weißwästchen, das war mein Lachs. Das ist mein Weißwästchenbrot, das ist mein Weißwästchenbrot. Das ist mein Weißwästchenbrot, Dild und Teufel, Edelweiß. Was hast du noch? Und wo kommst du überhaupt her? Ich bin von Eiselfingen. Eiselfingen, gut. Aber jetzt erzähl ich mal, wo hast du jetzt deine Sachen her? Ich mache mein Zeug selber. Aha, du trägst da so deine... Mit der Zahnarztmaschine wird das gefressen. Das sind die Zahnarztbohrer und Fräser. Die bleiben dann beim Zahnarztüber und die kriegst du noch du. Nein, nein, nein. Jetzt sag ich mal, wie gefällt es dir da jetzt in Eindorf? Ja, eigentlich gut. Wenn es will, so bleibt dann sowieso. Aber Drucker ist bei dir da, oder hast du schon was dabei? Den brauchst du nicht. Ach so? Aha. Das ist meine Ocken. Die Leute nehmen dir eine gute Grimmel mit, für jedes, wie ich, die richtige Salbe. Und was machen Sie da besonders? Baustritzeln heißt das. Okay. Baustritzeln ist ein Hefengleich, der, Sie haben es gerade eben gesehen, da aufgerollt wird. So. Sie gehen und dann kommt er in den Ofen rein. Und in den Ofen wird er natürlich gegrillt. Gegrillt? ... ... ... ... ... ... Was haben Sie alles für Spezialitäten? Türkische Spezialitäten in erster Linie, sehr viel Käsesorten, sehr viel Gemüse, alles frisch zubereitet. Fladenbrot? Fladenbrot, türkische Teigtaschen. Wo kommen Sie her? Aus Wüstenfeldbruck. Was ist das Besondere an Bad Endorf und an dem Markt? An dem Markt, dass er schön griebig ist, Bad Endorf ist ja eine bekannte Kurstadt, wunderbar, passen wir gerade recht her. Was ist Ihre Spezialität? Mir selber. Das ist was anderes, aber ich glaube, Sie sind nicht zum Verkaufen? Nein, wir werden sie auch feierlich wieder zurückgeben. Es nicht nur noch einmal nach, wir werden sie mit dem Markt, die fangen werden, die die diale conviert werden einfach. gestern können Sie etwas davon haben, nicht nur noch ein paar, Sp comments am Ragun. Gut. 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 Aus Bad Engdorf. Aus Bad Engdorf, die hat man fast gedacht. Und wie lange gibt es Ihre Firma schon? Wir sind in Bad Engdorf schon seit 70 Jahren. Da hat mein Opa abgefangen damals. In einem alten Pferdlstall. Zwei Webstühle. Und was macht ihr alles? Was sind eure Spezialitäten? Was ist besonders oder was geht am meisten? Also wir stellen alles auf Maße, auf Kundenwunsch. Bei uns kann sich der Kunde die Farben aussuchen. Die Form aussuchen. Wir machen Runde, Ecke, Ovale. Wir machen welche mit Ausschnitt. Und wir machen Baumwollteppich, Fleckerlteppich und Schofwollteppich. Wie lange hält das so ein Teppich ungefähr? Viel zu lang. Aha. Was es natürlich auch bloß bei uns gibt, das sind unsere Chiemgauer Arscherlwärme. Die gibt es in der Größe 40x40. Und wofür? Wir sind in Bad Engdorf. Wir sind am Ortsrand von Endorf. Das ist der Ortsteil Ströming, Haus Nummer 13. Und wir sind direkt neben die Chiemgauer Arscherlwärme. Die hier sind Livertipps. Die machen das von der Flügel. Der Fügel schließt ihn nur kurz ab. Der ist eine Schutzfuntsununft. Nur, wenn er nicht ganz älter ist, dann muss man wirklich fliegt. Sie haben da einen schönen Spargel, wo kommt denn der her? Der kommt aus Garchinger-Nalz, da ist unser Hof und in der Indiregion wird der Spargelbau auf 70 Hektar verbaut. Wie heißt der Hof? Das ist der Reichenspernerhof und wir sind in Garchinger-Nalz. Jetzt habe ich aber gehört, dass Sie auf dem Bordindorf verbauen wollen, was verkaufen Sie denn da? Da verkaufen Sie die gleichen Produkte und ab Mitte bis Ende Mai auch die Erdbeeren. Ich muss sagen Action. Action. Bitteschön. Hallo, zwei Schalen Erdbeeren bitte. Zwei Schalen Erdbeeren, jawohl. Schöne italienische Erdbeeren haben wir dabei. Schöne große, bitte. Schöne große, nehmen wir die größten von größten. Nehmen wir den hier? Ja. Jawohl. Wo kommt es denn jetzt her? Wir sind aus Salzburg. Aus Salzburg? Aus Salzburg, aus Österreich. Aus der Nachbarschaft? Aus der Nachbarschaft, jawohl. Warum kommt es jetzt nach Bordindorf? Wir fahren überall hin, überall wo die Märkte sind. Du musst mir jetzt was anderes erzählen, du musst mir jetzt sagen, dass es in Bordindorf besonders schön ist. Okay. Wir kommen nach Bordindorf. Bordindorf ist ein eigenes Pflaster, eigenes Dorf, ist ein schöner Dorf. Und wir kommen seit circa sieben Jahren hierher. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden im Badindorf. Und was für Gemüse verkauft ihr? Also wir haben hauptsächlich Obst. Das fängt jetzt von Pirnen an, Erdbeeren, saisonal natürlich. Weintauben haben wir dabei, Orangen haben wir noch. Ich glaube, jetzt sind unsere letzten Orangen, weil die Zeifahrt ja auch schon schön langsam groß ist. Ich glaube, es sind unsere letzten Orangen, weil die Zeifahrt ja auch schon langsam groß ist. Ich glaube, es ist unsere letzten Orangen, weil die Zeifahrt ja auch schon langsam groß ist.